Wir haben von meinem Müsli ein Päckchen bekommen. Und zwar war ja in der Bürftä-Edition der Glossy Box ein Gutschein drin. Ja, da war ein Gutschein drin, haben wir bestellt. Und ja, da konnte man eben so eine spezielle Glossy Box Müsli Edition sich bestellen. Man musste noch, ich glaube, für 10 Euro oder so einkaufen. Also war jetzt wirklich nicht wild. Und jetzt bin ich aber echt gespannt, was es überhaupt ist, weil ich habe die Zutaten nicht herausfinden können vorher. Und was Müsli angeht, bin ich ja ziemlich, naja, anstrengend, würde ich mal sagen. Das ist die Mama anstrengend. So, warte ich nochmal. Und zwar, das ist das Müsli. Schauen wir doch gleich mal an. 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 Schauen wir doch mal wie schön das aussieht. Mein Müsli Glossy Birthday. Und was ist jetzt hier drin? Crunchy Oats, Cranberry, Chocks, Aronia-Beeren, gehobelte Tigernüsse, was auch immer das sind. Ganz viel Liebe ist drin. Chiasamen, Himbeeren und Haferflocken. Das klingt doch schon mal sehr gut. Hier sind tatsächlich, auch wenn ich den Rest durchlese, keine Rosinen drin. Und es wurde nicht mit Kokosöl gearbeitet. Das sind so zwei der Sachen, die sind ganz, ganz oft drin. Und die mag ich überhaupt nicht. Bin ich schon gespannt, wie das schmeckt. So, und wenn wir es jetzt eh schon auspacken, dann, ja, schauen wir doch, was da noch drin ist. Wie gesagt, ich glaube, so für 10 Euro muss man was bestellen. Ich habe mir einen Müsli to go Becher bestellt. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Den machen wir später mal auf. Ja, den Glas. Das ist Plastik, Schatzi. Das ist nicht so, ja, das geht nicht so schnell kaputt. Hier füllt man einfach gleich den Joghurt oder die Milch, je nachdem halt, was man eben haben möchte, ein. Und hier oben dann das Müsli. Und so weicht euch das eben nicht auf. Man kann dann natürlich auch Obst und alles mögliche rein tun. Und es ist einfach getrennt. Und ich mache das jetzt mal kurz auf. So. Und zwar, wenn man eben das Oberteil von dem hier abnimmt, dann kann man das aufschrauben. Also ist auch echt, glaube ich, dicht. Da ist auch eine Dichtung drin. Und ja, also ganz spektakulär, wie es von innen ausschaut. Und das hier ist auch noch mal extra. Also es war zugeschraubt. Ich habe das jetzt bloß da in Freiheit halber. Schon mal vorher aufgeschraubt. Und das ist aber die neue Variante. Da passt ein bisschen mehr rein. Also ist einfach hier oben ein bisschen größer. Der Rest ist gleich zu der, die ich gesehen habe. Und auch hier ist ein bisschen Dichtung drin. Also selbst wenn ihr halt Tiefkühlobst habt oder sowas dann so ein bisschen anfängt, ja, Flüssigkeit zu verlieren, das sollte das kein Problem sein. Und so kann man das super mitnehmen. Ja. Und eben dann, wenn man es essen will, mischt man es zusammen und los geht's. Da kann man das auch machen. Coole Sache. So, wir sind in Bad Hallenbach bei unserem Wohnwagen, denn hier ist dieses Wochenende der Apfelmarkt. Das ist echt ganz toll. Das ist ein ziemlich großes Fest. So als wir das erste Mal da waren, hatten wir eigentlich vermutet, dass das ja wirklich so einen dörflich kleinen Charakter hat. Hier ist echt zum Teil die Hölle los. Aber vielleicht sind wir auch noch früh genug dran, dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben, dass es noch nicht ganz so voll ist am Anfang. Schau mal, lassen wir uns überraschen. Und ja, für mich ist es gerade ein bisschen ungewohnt, denn wir haben unseren Kinderwagen dabei. Ja, weiter. Ja, entschuldige bitte. Ja, aber den Kinderwagen haben wir echt schon monatelang nicht mehr genutzt. Weil einfach, wenn wir den nicht dabei haben, hat sie auch nicht so das Bedürfnis da rein zu gehen. Und es klappt eigentlich mit dem Laufen ziemlich gut oder wir haben eine Rolle oder ein Laufrad oder irgendwas dabei. Aber sobald man den Kinderwagen dabei hat, ja, ist der Bock zum Laufen ziemlich gering. Man muss sich halt einfach in den Ausflügen ein bisschen anpassen. Und dann geht es auch ohne. Ohne, dass man sie ständig tragen muss. Ja, heute haben wir ihn dabei. Ja, einfach auf ein bisschen der Faulheit geschuldet. Es ist doch ein Stück vom Campingplatz A bis hin. Also für sie ist es halt weit. Sie muss ja auch da noch laufen. Und B brauchen wir hier nicht alles nach Hause schleppen, sondern können sie einfach unten reinschmeißen. Ja, eine tolle Runde, liebe Kinder. Ja. Ja.